Ich habe heute wohl die absurdeste Anfrage in meinem gesamten Leben erhalten. Folgende Situation. Ein Pärchen, Mann und Frau. Die Frau schreibt mich an und der Mann, ich habe es nicht ganz verstanden, ist glaube ich zeugungsunfähig und die wollen beide ein Baby haben. Und jetzt fragt die Frau mich, ob ich ihr Samen von mir schicken kann. Wo ich erst mal dachte, wie läuft das überhaupt ab? Wichse ich da in so einen Briefumschlag und schicke das dann zu? Oder keine Ahnung, ich kenne mich mit der Materie nicht so aus. Und dann, das ist alles schon komplett ausgeklügelt von den beiden. Unterhalt zum Beispiel, da sind die so nett. Muss ich nicht zahlen, das wird geregelt, das muss ich nicht machen. Und das ist auch geil, ich könnte das Baby, also mein Kind, könnte ich auch sehen, wenn ich möchte. Und ja, ich sage mal so, sehr absurde Anfrage. Und ich bin noch am überlegen. Ich bin noch am überlegen.